Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Ich bin's Kelvin. Und Leute, heute wieder eine neue Folge GTA Online. Jetzt schon mal Daumen hoch für mehr GTA. Und was haben wir heute vor, mein Junge? Wir wollen mit Missionen starten und zwar wollen wir hochleveln, denn ab Level 12 kann man erst Banküberfälle machen. Und deswegen müssen wir hochleveln und wir fangen mit den ersten Anfangsmissionen an. Genau, wir sind ja noch in Level 7. Und siehst du unten auf der Karte LD1. Ist das bei dir auch? LD1? Ja, ist auch. LD1, genau. Das ist die erste Anfangsmission. Die müssen wir machen, um hier reinzukommen. Die erste Mission ist das. Und da begeben wir uns doch mal hin. Geh mal hin. Würde ich sagen, auf geht's. Let's go. Wo ist der? Oder? Was ist das auf der Karte? So ein Schaf oder so? Wow. Alter. Mit was kam der? Hä, kam was von oben, Alter? Ist der mit einem Ufo unterwegs? Ey, der hat mein Auto zerstört, man. Ich hab das gerade frisch abgeholt. Denkst du halt? Ey, Ty. Ich weiß nie, ob die noch so fucked haben oder was die getickt haben, ey. Wusste, Mann. Wusste, Alter. Okay, wo ist das? Ich nehm grad auf. Komm, 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 komm. Mach dir fertig. Erstmal irgendein random Abschnitt. Warte, warte, warte. Der will 1 gegen 1. Let's match. Ja, Mann, wir machen das. Ah, Mann. Was? Warum bist du tot? Ach, hier ist der Typ. Und wollte der Lenkraete drängen uns. Sorry. Hier ist unsere erste Mission. Yes, wir sind die Mission. Let's go. Der Typ führt uns ein, Leute, im GTA Online. Kann man das überspringen hier? Brauchen wir eigentlich nicht sehen. Ey, der soll weg. Typ. Egal, mach bereit. Noch schnell bereit. Ja. Der soll rüber, Mann. Was ist los mit dem? Mission geht los. Yes. So, es geht los. Wir sind Team Gelb und Team Lila sind die anderen. Wir haben ein Team Leben. Okay. Gebt dich so. Korven, blablabla. So, krass. Krass, wirft, die Karre. Also, die müssen wir anders hin als wir. Kann man eigentlich auch Sterne bei einer Mission bekommen, wenn man es so rumballert? Ich weiß nicht. Manchmal ist es ausgeschaltet, manchmal nicht. Okay. Okay, was müssen wir machen? Okay, wir müssen den Wagen verfolgen und wegballern. Warte, lass erst mal langsam verfolgen, bevor die schnell fahren. Dann gibst du den direkt einen Headshot. Fahr neben den, dann gibst du den Headshot. Schalte die Ballers aus. Okay. Willst du nebenan fahren? Ja. Ja, ein habe ich. Sauerbar? Jetzt nächste, ja, nice. Erste Minimation fertig. Oh. Okay, da sind ein paar mehr Leute. Sie ist auf der Karte. Ja, da sind die Ringe. Ich würde sagen, warte, ich packe den Wagen hier. Dann, als würde ich bei Granaten rüberwerfen. Oh ja, werfe Granate dahin. Was, 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 was. Wer los, wer los. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja, genau dahin. Und go. Schluck die hier, hier, klein. Nice, nice, nice. Okay, wir müssen ballern jetzt. Ja. Ach, was. Da hinten rennt einer weg. Der will wegrennen. Auf da. Ich komme die zu Fuß, fessel der. Junge, wie rennt der, ja? Komm. Schnee, schnee, schnee. Komm, wir kriegen den. Ich hoffe, die anderen machen ihren Job auch vernünftig. Ja. Nicht, dass sie abkacken wegen denen. Weil ich überfahre den einfach. Nice, nice, nice. Okay, wir machen keine Sterne. Ja, nein. Okay, wir sind... Begebe dich zum Discount-Store. Okay, wir sind fast fertig. Das müssen wir hier machen. Oh, hier sind wir ganz viele. Oh, hast du wieder Granate? Granate, Granate, Granate. Okay. Ja, da sind sie noch. Kommst du dahin mit den? Ja, bleibst du dahin. Alles gut. Nice, nice, nice. Wow, wow, wow. Okay, wir steigen aus. Aussteigen. Kommt her. Oder weg. Einer rennt, einer rennt. Wo ist er? Auf der Karte, der runterpunktet. Ah, da. Boah, sehr weit. Der war beim Auto, ne? Ich überfahre. Komm, komm, komm. Steig rein. Go. Ist der mit dem Auto? Nee, nee, ich glaube doch nicht. Der ist direkt hier um die Ecke. Ja, die kleine. Nice, 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 nice. Haben wir. Hey, der ist doch nicht ganz kurz. Oh, das war einer, hä? Du, das ist ganz kurz. Hey, ein Junge ist, überlebenskitzler. Perfekt. Okay. Oh, weiter, direkt. Okay, die anderen sind auch da. Ich glaube, die haben ihren Job gemacht. Ich glaube, die nächste Mission ist zusammen dann mit denen. Ah, cool. Okay, Leute. Erster Versuch. Ich hoffe, wir schaffen es. Hier sind die. Einfach Homies. Boah, der Wagen kann krank rüpfen. Ah, entspannt. Man kann auch jetzt ganz gechillt die Munition füllen wieder. Ah, nix. Hast du noch genug? Ja, ja, alles wieder auffüllt. So. So, begib dich zum Lager. Hier sind wir. Grünes Licht. Steigen die aus. Steigen die aus. Steigen die aus. Ah, ja, es geht ja weiter. Ja, aber dann. Okay, wir müssen, der CZ-Zutat, glaube ich, die Mission, der weiß noch. Jetzt wird es hart. Jetzt müssen wir Lenkpaketen werfen. Jetzt kommen richtig viele andere Leute. Richtig viele. Wir müssen jetzt schlau machen. Sind die alle auf einem Haufen oder so? Ja, ja, hier vorne. Okay, wir fangen wieder mit Granaten an. Ja, warte, wir machen jetzt hier. Wir gehen hinter das Auto. Gehen hinter das Auto erstmal. Schieß noch nicht. Aber die Waffen weg sind, oder? Schieß noch nicht, sonst ist es hier eine Katastrophe. Die sollen sich hier nebenstellen. Okay. Oh, die fahren rein. Okay. Okay, okay, okay. Wir müssen los, ballern. Die sind dumm. Wir müssen ein Team leben, wenn wir wegen den verrecken, ne? Egal, weil alles weg, was geht. Wow! Und wenn, was war das? Oh, die war das Autos, diese Box hier, Alter. Die Wendung, aber egal. Also, ein Team ist auch. Ich muss noch vergessen, was ich muss noch vergessen. Ich habe vergessen, ich habe vergessen. Ich habe mich jetzt ein Auto überfällt, ich bin tot, Mann. Nein, ich kriege Schüsse ab. Inventar Snacks. Ich habe wieder Leben. Nein. Ich bin tot, Mann. Ich habe... Und wegen dir? Nee, wegen ein anderes auch gestorben. Ach so, der ist eh verkackt. Egal. Komm, fahr die mal rein. Ich fahr den nicht der jetzt. Ach so. Junge, guck mal, was der macht. Oh, hier ist ein Ballastauto direkt. Oh, scheiße. back, das ist ein Unterschied, wenn man alles kannte. Boah, hier ist alles, ich kriege überall Schüsse ab, warum ich. Ich kriege alles ab, hier, Alter. alles der einst gestorben ok ist noch alle toten ist einer hinterm auto jetzt hinter den weichen wenn ich baller den werden also der ende okay so was jetzt ich glaube alle verfolgen uns autos genau die sind schon am start da verstanden verfolgen autos sie musst du weg wollen ja und sich hinter uns hat er platten mann nein das gibt den headshot dann liegt der direkt immer dem fahrer den fahrer dann kann er nicht mehr fahren vor dem scheiß platten reifen also es gibt sondern das heißt das gibt es nicht ich nehme abkürzung gmd abgehängt jetzt kommen wir mal neue glauben also ich kann es da kommt nicht mehr über den buchstern oh mein gott wie sollen wir das mit schatten reichen schaffen für das wissen hat es wird richtig genau heute und so aber wir schaffen es wir schaffen es ja wir noch ein team leben die herzen bedingungen hier jetzt kommen wieder welche hoch und wieder ja die ein pinkner ich hab was abbekommen habe rotes leben das hat den lowrider aktiviert wir haben es auch gepackt offizielle mission jetzt erste mission 9000 okay jetzt nicht das problem wir müssen aber leveln alter ja und okay sind level 9 leute bald können wir raubüberfälle machen ab 12 ne ja man da sind jetzt auch in einer lobby über die wegknallen sozusagen das sind die leute die mit uns waren ich weiß nicht nein irgendein anderer habe ich überhaupt eine weggebombt schon wieder dieser eine keine ahnung so wir verfolgen jetzt einen spieler leute machen das sind zwei das sind auch zwei vorbereiten bisschen unauffällig ja mit dem wagen wissen schwierig egal die sehen uns der gasse glaube ich irgendwo da okay okay und ich würde sagen ich steige schon mal aus oder lenkraketen direkt auf nacken alter kurzen besucher und dann lernen wir da sind die durch weg mit euch hey die haben patschung oder so warte wo warte 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 egal egal weiter geht es weiter auf sein wo es da warte machen elan die markier den lamborghini den oh und wenn ja ich glaube schon okay ich habe mir über den dinge irgendwie steht ja okay wie mag oder ist auf dem weg und wilder ich weiß nicht warum er so wir haben die symbol oder was das ist also wenn du jetzt so markiert ist das ist das schon ja ich will dazu dem laden oder so oder bleibt stehen langsam der merkt jetzt langsam und dann fällt es auf leute nein wir verlieren den egal noch sehen wir auf der karte oder mit abkürzung da oben aber ich glaube er weiß dass wir den verfolgen da denke ich auch so herr freundlich der weiter stehen gerade egal jetzt okay man ich vielleicht wollte nach oben geworfen oder so wollte gerade Was ist hier los, Alter? Wo ist der denn, Mann? Was? Der hat uns in die Luft gesprengt. Von wo denn? Der hat einen großen Abstand. Guck mal auf die Karte, der Lambo. Der hat irgendeine kranke Waffe, wo der Raketen schießt oder so. 330, Alter. Okay, der kennt schon voll aus, Alter. Wenn wir so ein Level A haben. Wir suchen uns einen anderen. Ja, Leute. Erfolg. Unser erster Erfolg. Ein away Typen. Und weiter geht's. Weil der away war. Wahrscheinlich geht's was. Der ist direkt noch mal gespawnt. Und noch mal. Und noch mal, weil es so schön war. Und da holen wir uns in. Gibt ihm ein Headshot. Ey, wir schießen. El haye, wir schießen. Wir müssen ein Headshot geben und Emotiv geben. Wir gibt den. Wer 제발. Leune, ganz mittiens. Okay, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Für mehr GTAs schaltet ein, folgt uns gerne auf Instagram. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Peace!